Was geht nach gefühlt 800 Jahren reagieren wir auf eine neue folge ehrenlose memes also das video ist sehr alt kann auch sein dass viele alte memes dabei sind aber kann auch sein dass wir lachen werden daher meine damen und herren es geht los ich freue mich wenn jones bei lustige sache lachen wird darauf freue ich mich am meisten okay los geht's also mein gefühl sei mit happy film rappen das war geil so müssen wir anfangen ich kenn dich seit fünf jahren ich hab dich noch nie so erlebt wie meinst du das ist einfach verrückt ich bin verrückt ja was war das alle erstes gehört die folge in die laterne geknallt alter der versicherung wird so rein schallern junge du hast doch gesehen wie das ich bin nur gegen laterne geknallt auf einmal da liegt so ist es witzig warum so witzig du findest es immer witzig wenn sich menschen wehtun oder so richtig fallen ja ist okay das hat aber mein gehirn das hat das hat weh getan in meinen augen bruder haram ey dein auto rollt jetzt noch oh nein alter oh ey weg in mich bruder stell dir vor das ist deine tochter bruder du kaufst ihr ein neues auto und sie weiß nicht mal wie die diese handbremse zieht vor allem ist das elektronisch junge du musst nur einen knopf drücken eigentlich sie heult und er holt direkt fotoapparat aus oh der liegt noch guck mal er liegt immer noch am boden von öGA hat er was nicht schmeckt das mein vater nicht Er wird safe eine Sprache jetzt oder ein Bild bekommen oder sowas. Warum sind Türken immer so, Bruder? Die haben ihr schon reingeschissen und versuchen dann immer noch so witzig draus zu machen. Keine, danke, danke, danke. Keine, danke. Ben, danke. Ja, Benzema ist ein böser Mann. Der Onkel hat es zu ernst genommen. Okay. Das ist peinlichste, was einem passieren kann. Ich mag die Gebetsmemes nicht. Ist er am Laptop spielen? Oh nein, ich bin so überlebt. Das ist kein schönes Gefühl. Aber warum spielt der Brea im Laptop? Ich weiß es nicht, Bruder. Ah, da ist der Joker. Wenn Ozan hier gewesen wäre, wäre er sich totgelacht. Weil ich musste an das hier denken, wartet. Er hätte sich safe totgelacht. Hahahaha. Wenn Ozan hier gewesen wäre, wäre er sich totgelacht. Hahahaha. 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 Halla, wie lange. Die Türken sind so gottlos, Bro. Hahahaha. Wallah. Weiter geht's. Neue Physiotherapie Technik. Du hier auch? Was hast du? Du hast im Schwein gehabt. Halt, bist du alleine. Abbasultan, Nablus, Nablus, Nablus. Abbasultan, Nablus, Nablus. Abbasultan hat es auch gemacht. Abbasultan hat es bei uns auch gemacht. Moment, 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 Moment. Gottlos. Eine arme Frau, die wahrscheinlich um Geld nettelt. Sie sagt auch am Morgen von Yaram zu ihm. Ne Tesis Yaram. Wie du deinen Freunden paranauern machst. Einfach Bullen. Jungs, da gibt's kein Herz, das ist eine weibliche Puppe. Oh, stark. Mit Logo. Kimi, habt ihr schon noch? Na, diese Goods, äh, diese Goodmemes hat es gemacht werden. Sonst ist er noch da, Bruder. Das war. Das war stark. Ja, fühl ich. Am 15. um 18 Uhr kommt der neue Release Hunde. Das ist ein bisschen. Weiter geht's. Wenn ich beim Grill meine muslimischen Freunde frage, warum Hunde Haram sind. Was? Na, willst du mir rauf einfach mal? Na, willst du mir bei Ihnen was an? Achso, was? Ich check's jetzt ernst, Bruder. Weil hier Hunde essen, unsere Asiaten. Oh, Mann, oh. Mit Freunden abends ins Kirmes gehen. Ja, er wird sich nicht auf die Fresse legen und du wirst dich kaputt lachen. Ich weiß, ich weiß. Oh, was macht der, Bruder? Er wird sich trotzdem so viel vorzulegen. Oha! Oha, Bruder! Einmal Oha in dem Chat, Bro. Also das ist alles, aber damit hab ich nicht gerechnet, Bruder. Boah, Engel, ich hab so eine krasse Idee. Wenn ihr eure Freundinnen glücklich machen wollt, dann macht das einfach. Ich hol dich um 20 Uhr ab, beziehungsweise 19.30 Uhr. Lasst dich überraschen. Also, weil sie keinen Bock auf Fußball hat, so. Sie dachte, da kommt was voll krasses und dann waren sie Fußball gucken. Aber ey, ich sag dir ehrlich, so türkische Frauen, wenn die so Fußballfans sind, die würden sich voll freuen darüber, ne? Dankeschön. Safe, oder? Safe. Ja. Ronaldo! Ronaldo! Bulfong geldi! Ronaldo! Chikarior Vázquez! Okay. Mein Leben mit einem Video geschrieben. Er hatte sich so auf den Tee gefreut. Ist das das Essen runterfallen Video, Alter? Warte, warte. Geil. Einmal noch. Guck mal sein Gesicht an. Ich bin ein Champion, Bruder. Boah, Lech. Oh. Ja, verdient. Weil die nerven mich zum ersten Mal safe. Wen nennst? Wenn zwei Kunden sich streiten. Überhaupt Großnase, Großnase. Hörn. 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 Wieso fühlst du das denn? Keine Ahnung. Stimmt da rein was. Hörn. 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 Also ich versteh wirklich alles, aber sowas? Das ist ein typischer Degas. Alhamdulillah. Distanzierung. Vor der Bühne, das zählt nicht. Das ist auch nicht mehr Gottmiss, Bruder. Es ist einfach nicht passiert, Chat, okay? Wir machen einfach weiter. Wenn man nicht so viel Zeit in Mecca hat. Digger, warum? Ich weiß es nicht. Digger, er ist mit Ironhawk. Digger, er ist mit Ironhawk. Nice, Digger. Oh, Bruder. Aber ehrlich, ich muss zugeben, wir sind zurück. Die Folge war sehr gut, Bruder. Die Folge war wirklich sehr, sehr gut. Wenn ihr wollt, dass auf weitere ehrenlose Memes reagieren sollen, dann gebt sie mir einen Daumen hoch. Dann wird mich sehr freuen. Liebe Grüße am Pummelhofer AB. Danke für sein Entscheid. Pass auf euch auf. Tschüss Jones. Tschüss. ificemaręd....... Tschüss runtergaben ζot. Sch와... Tschüss. Tschüss. Tschüss.